WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer heute? Heute hole ich meinen Renault Kengel hier in der Garage Hohald in Zuchwil ab. Die Zylinderkopfdichtung ist am Ende kaputt und er hat 250'000 km. Darum habe ich ihn jetzt gegen einen Renault Kengel getauscht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020